hallo und herzlich willkommen zurück zu diablo 4 ja ich bin leider immer noch stark unterlevelt zu dem bereich wo wir eigentlich mit der story weitermachen wollen aber ich habe schon geschafft auf 35 zumindest hoch zu kommen und heute gibt es noch mal ein video wie wir ein wenig gelevelt haben ich denke mal so 23 videos werde ich noch hochladen und danach werde ich ein bisschen offline weiter level weil es ist ja letztendlich immer das gleiche was wir machen und ja zufälligerweise habe ich übrigens dann im inventar gesehen dass ich da eine pferderüstung war es glaube ich ja eine pferderüstung erhalten habe und das sehen wir uns dann gleich noch mal kurz an da mache ich noch einen kleinen einspieler zu und dann geht es sofort weiter mit dem verlies wo wir reingegangen sind viel spaß ich habe eine pferde ausrüstung pferderüstung hier drin ja die musste ich würde mir in die bank tun wie kann man dann bei bei verschönerungen benutzen aber ich weiß nicht wie hast du noch nicht in der welt kriegen doch die kasse haben wir bei dem ein boss hast du die gekriegt so was kriegst du da ja also ich bin drin in diesem fall ich sag du bist da vorne ok hallo guten tag er ist endlich da wieso ist mein trank wieder weg er hat man ihn dann ob ich den tragen genommen dieses grüne viereckige über der über meinem level ja komm dann ist doch noch aktiv macht mir jetzt irgendwie ein bisschen gedanken dass wir keine gegner kommen wo ich jetzt nicht sagen wahrscheinlich kommt gleich sowieso der watscher und verlegt uns wieder ach diese scheiß ich habe ja auch schon jungs kommt mit ihr werdet angegriffen oh ah so so Hallo, was hat mich denn getroffen? Mir ist doch alles tot. Geht's noch? Truhe. Hä, was war das? Hast du eine Kiste geöffnet? Ne, eine Truhe. Ah nicht, ja. Boah ey. Oh, was ist das alles? Ich brauche mehr Essenz. Ja, du brauchst immer mehr Essenz. Ist ja gut. Wir hängen kurz, was wir machen müssen. Ich habe keine Essenz mehr. Äh, komm mal mit. Äh, warte mal. Hier müssen wir gar nicht irgendeine Adjektion machen, ne? Ach so, äh. Ja, erstmal die Gegner töten würde ich sagen. So kann ich mich nicht bewegen, ne? Nimm es doch auf, Mensch. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel dafür. Die Tür ist versiegelt. Frag dich nur, wo du überhaupt bist. Irgendwas? Oh, äh. Also hier habe ich jetzt was zum Mitnehmen genommen. Also das wir wahrscheinlich zum Öffnen einer Tür brauchen gleich irgendwie. Da brauchen wir noch... Ach so, genau. Bringt Blutstein zum Podest 2. Also wir brauchen noch einen davon. Entweder holen wir noch den anderen gleich und den nimmst du dann, weil ich glaube, man kann nur immer einen tragen. Hm... Da... Hä? Ach du hast die Tür schon geöffnet. So, ob das? Wuh! Ich sag doch, dass wir bald fallen sind! Aua! Aua! Die haben mich gepiekt und haben meine Dings gebrochen. Die leckten! Die sind hier überall, ne? Mhm. Du musst mich verarschen. Ich habe kaum noch Essenz. Ja, du hast nie Essenz. Mensch, tu doch mal was dagegen, Mädel. Ich habe keine Essenz mehr. 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 Ja! Hm, Jägers Worte. Sie macht nur immer die Kisten auf, mir die schönen Sachen macht sie. ich muss ja nicht auf mein sachen stimmen aber du kriegst du kriegst auf jeden fall mehr erfahrung wenn wir zusammen was machen auch noch es gibt auch glaube ich fünf prozent oder zehn prozent ich habe gerade tote leiche gewesen ja 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 Wo geht's dann weiter, ne? Ist hier noch was? Klamotten. Nee, das ist ja kaputt, kaputt zu gehen. Das war nicht. Ich habe kaum noch Essenz. Och, geh mir nicht auf den Sack mit deiner Essenz, ey. Ach, und was? Hä? Ist doch kein Boss, der war so klein. Hier musst du das reintun, glaube ich. Oder müssen wir da was Neues holen? Moment, wo bist du denn? Ich bin hier gerade mit dem Boss am Kämpfen. Was für ein Boss? Na egal, du bist ganz anders hingelaufen. Keine Ahre. Ich bin zum Zeeling gelaufen. Komm mal hierhin, bitte. Hier ist das, hier ist das zweite Teil für dich. Zu mir, du siehst doch, wo ich bin. Nee, sehe ich nicht. Mach mal die Karte auf. Boah, ich kann mich noch nicht mal bewegen. Boah, Karte. Hier liegt da noch ein Loot für dich. Hallo. Ach, weil das schon gezoomt ist. Okay. Du kannst da nichts hinter, weil das müssen wir jetzt holen. Du musst das jetzt besprechen. Doch, ich kann zoomen. Ja, zoomen. Holen, habe ich verstanden, habe ich gewonnen. Was holen? Du musst zu mir kommen. Einen Raum weiter gibt es so ein Teil, was so interagieren, wo du interagieren musst. Ein Blutstein. Ich brauche mehr Essenz. Genau. Jetzt kommst du da hoch. Nee, du gehst nach unten. Hier bin ich. Hier. Hier in dem Raum ist ein Teil. Den Blutstein, den musst du nehmen. Und dann müssen wir wieder zurückgehen. Hast du den genommen? Nee. Da in der Mitte. Ja. So, jetzt hast du noch am Rücken, komm mal mit. Ich kann dir nichts von dem Ding an kaputt machen. So, und jetzt sind wir hier bei dem, wo du gerade warst. Wir werden dich jetzt endlich mal einsetzen. Ja, wo du gerade warst irgendwie. Du warst doch hier vorne davor schon, ja. Ich war beim Ziel. Wie gesagt. Oh. Oh, natürlich kann ich wieder nichts einsetzen. Das ist so eine Scheiße. Jetzt. Nee. Hast du eingesetzt? Achso. Nee, anscheinend ist er doch jetzt rum. Ja. Die Tür ist aufgegangen. Achtung, ist fast richtig nicht reinlaufen. Ich glaub nicht, dass meine Kumpels auf dich hören. Ja, die Kumpels meinen die ja nicht. Ah, das ist in Truhe. Sieht mir nach einer Falle aus. Ja, Achtung. Ach ja, ist eine Falle. Ja, die war zu groß und zu, ähm, zu verlocken. Ich bin noch nicht bereit. Ja. 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 Ich bin noch nicht bereit. ich verstehe gerade nicht die weg die weg hoher verbrauch an leichen 30 ich meine last ist zu groß wird du mich jetzt veräppeln ja dann hat man eben mal zur stadt gehen kleine pause kannst du mal eben hier warten ja ich weiß aber das portal ist hier wenn er jetzt zurück geht das muss ich zurück um dann noch mal weg zu gehen in brauchst du nicht du hast doch jetzt dein hauptein so viel ist hier nicht mehr wir sind jetzt gleich beim bus da kannst du danach das machen bleib hier das bisschen kriegst du mit ja dann lass mich aber jetzt kommen wir den schmuck kälte widerstand schmuck gift widerstand schmuck schatten widerstand schatten widerstand widerstand gegen alle schadensarten das hört sich gut an welcher von beiden rings schlechte 14,2 14,1 krit schaden gegen top gegner ich habe keine ahnung ich tue den hier mal raus und dafür den ring rein zack und den da rein genau so so jetzt aber du bist über mir oder da rückt man glaube ich hin ja warte mal kurz was das denn ich habe jetzt ein punkt gekriegt achso punkt da sagst du gerade was ich habe auch einen punkt bekommen ähm 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 abklingenzeit da erstmal eins rein habe ich ein bisschen mehr passive ja ja los jetzt kommt hier kommt der boss bist du aufgetankt wollte ich gerade sagen ob ich noch was ist also ich so ein schwerst konnte man nicht wissen was ich da bekomme ich habe ein schwert bekommen oh hallo wo macht der denn hier ich habe keine essenz mehr achten aus den dingern raus boah achten sag doch dass sie sich bewegen ja und der tiefer ist hier ran glaube ich ja bloß nicht bewegen ich finde das blöd dass man die nicht ja in dem moment wo ich mich heilen will kommt genau da so ein ding ich finde das blöd dass man die nicht für sie an kann ne die machen schaden wenn er mit einem stößen ne die jungs schnapp den Wind-Wüten-Aspekt freigeschaltet. Hast du denn auch gerne? In der Mitte steht das. In der Mitte steht das. In der Mitte habe ich irgendwas mit 15, 22, 30. Keine Ahnung, was das ist. Ja, so ein Totenkopf. Jetzt ist es wieder weg. Okay, nee, egal. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt 35, 2 Drittel habe von nebenher. Ja, ich gehe mal auf. Also, was dreh ich mich an? 35, 2 Drittel. Oh, ich könnte was einfordern. Ich wollte nur auf die Karte, aber so geht es auch. Hier ist noch ein Event. Moment, wir gabern gerade noch. Ich komme sofort. Das weiß ich auch nicht. Tötet den besessenen Gegner, bevor er verschwingert er sehen. So. Wo bist du denn jetzt hin? Du kommst doch gar nicht zu mir. Kommst du zu mir? Oder bist du da nicht mehr weg? Wie gesagt, hier ist es in dieser Seite. Ja, ja, dann mache ich das dann. Wut, wut, wut. Hallo. Was geht das Pferd jetzt hier nicht durch? Äh, immer diese Viecher hier mit dem, die am Seil hängen, da an der... Das habe ich dir gerade so erklärt, ja. Oh, ja, ziel bloß nicht auf den anderen. Ich habe keine Essenz. Oh, kann mal einer mithelfen hier? Jungs, geht doch nicht auf den anderen. Boah, die werden immer größer hier. Hallo. Jungs, ist noch einer. Jungs, macht den Platz. Hier, die den Schamanen wegmachen, diese Scheiße. Der spawnt immer wieder welche. Nein, wir sind beim Bus. Ja, aber der Boss geht auch mal weg. Klar geht der mal weg, aber warum ist der jetzt hier drauf nicht? Dass der resettet durch die Krise. Nein, der resettet nicht. Ey, ich habe hier jetzt schon so viel mit resettet, wie geht dann in anderen Spielen zu kriegen, ja? Da sind wir höchstens. Das war's? Ja. Kiste, Kiste, Kiste. Ach so, siehst du diese raumene Kuppel-Luste? Die musste, da musste dir, ähm, bei der kuriosen Händler, musste dir Sachen dafür holen. Dafür kriegst du Items, die sind teilweise legendär dann. Und, äh, gut, also die kann man dann zerlegen oder verkaufen. Die ganze eintauschen dagegen. Und Schlüsselkiste dafür, Kisten, die abgeschlossen sind. Hast du schon mal eine Kiste gehabt, die abgeschlossen war? Ja. Da stand irgendwas, dass ich einen speziellen, äh, Schlüssel dafür brauche. Aber es sind ja keine Obolusse. Ja, die hast du eingesammelt. Mach mal, äh, mach mal dein Inventar. Ach so, meinst du, die im Inventar, diese... Diese, die unten, das, äh, lila, dieses bläuliche da. Bläuliche da, ja. Wie viel hast du davon? 142. Ja, ähm, dafür kannst du dir dann schon... Du kannst maximal 500 aufnehmen. Oh, ich hab wieder Fähigkeiten. Warte mal. Also, da solltest du daran denken. Das ist mir am Anfang ein paar Mal passiert, wo ich nicht wusste, was man damit macht. Ähm, dass man dann halt, äh, die mich nicht mehr aufnehmen konnte. Das war dann geil. Wie viel konnte man? 500. 500. Ja, und wo muss ich die ausgeben, genau? Ein Kuriosenhändler, äh, oder sowas. Ein Kuriosenhändler. Kuriosenhändler, Mann. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.